ich teste so einiges von dieser firma und war bis jetzt immer begeistert im gegensatz zu anderen cremes auch teureren ja kleinen fläschchen hält diese firma immer was sie verspricht für einen normalen preis meine haut ich bin ein bisschen über 40 ist perfekt dafür anscheinend gedacht und ich habe auch die reinigungsmilch eine tagescreme und eben auch diesen booster der sich gut verteilen lässt man braucht wirklich nicht viel und er ist sehr frisch er riecht auch sehr sehr frisch zieht dann schnell ein auf meine hand jetzt leider nicht zu erkennen weil ich schon die hand eingecremt hatte aber ab und zu nehme ich diesen booster ansonsten nehme ich täglich die regenerativ tagescreme aktiv so heißt die und bin damit sehr zufrieden und das als booster ab und zu mal dazu und ich mag einfach die firma preis leistung passt bei der ich habe wirklich von hochpreisigen firmen serien probiert auch in diesen glasflächen solche serien die viel versprechen aber trotzdem nichts gehalten haben meine haut kommt auch nicht mehr mit normalen feuchtigkeits spendenden hyaluron boostern zurecht sondern ich brauche schon etwas mehr pflege und das passt hier für anspruchsvolle reife haut da ist wirklich das drin was meine haut braucht und somit kann ich die wirklich empfehlen